In diesem Video geht es um die Trophäe, den Erfolg, die Corpumantin. Begib dich in die dritte Welt, solltest du sie nicht haben. Schau dir dieses Video an, es ist in der Videobeschreibung und angepinnt im Kommentarbereich. Lauf hier einfach nach rechts. Es geht wieder darum, die Runen zu sammeln vom Magierboss und ihn anschließend zu verschlingen. Das Schöne bei diesen Bossen ist halt, dass du vom Geist geleitet wirst. Das ist sehr, sehr schön, weil bei anderen Bossen, da musst du die halt selber verfolgen. Also da nach oben musst du nicht. Du musst hier einfach hoch, nochmal. Dann geht es hier hoch und dann ist hier ein kleiner Schmuckusaurik und der hat die Runen. Aktiviere sie, der Geist wird dich dann zum Boss leiten. Bekämpfe und verfolge ihn, bis du zu dem finalen Bosskampf kommst. Besieg ihn dann einfach und du bekommst den Erfolg. In der Videobeschreibung und unten im Kommentarbereich findest du eine Liste aller Magier, falls du sie komplett haben möchtest. Schau dich am Kanal um, dort sind weitere Tipps und ganz viele Videos zu Elden Ring.